Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Jurassic World Revelations. Neko hier. Ich freue mich natürlich, eigentlich habe ich das in den letzten Folgen vergessen zu sagen, sorry, aber ich freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr seht, arbeiten wir hier gerade wieder am Reaktorkern, beziehungsweise am Reaktor an sich, weil wir haben ein Problem, Strom. Er fällt uns vorne bis hinten, es ist einfach nicht mehr schön. Deswegen habe ich mir jetzt so gedacht, wir reißen die ganze Bude jetzt ab und vergrößern ein bisschen. Und ja, ne, schauen eben halt, was draus wird. Und hoffe zumindest, dass es gelingt, dass wir am wenigsten einen höheren Strom, wie heißt das, Input haben als Output. Weil das Problem ist eben halt, die Geräte unten fressen so hardcore viel Strom, dass wir einfach nur einen tierischsten Strommangel haben. Geht gar nicht mehr. Gefällt mir nicht. Deswegen was Größeres muss her. Mit Immersive Engineering habe ich mich nochmal auseinandergesetzt, beziehungsweise habe ich mir nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Werden wir definitiv noch machen, aber eben halt für die Großgeräte werden wir eben halt immer noch den Big Reaktor verwenden. Anders geht's blöd, aber echt. Sorry. In dem Sinne. In dem Sinne. Aber sollte eigentlich alles kein Problem sein. Ich muss dann bloß noch was machen, ganz schnell. So, so. Mitter, 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 mitter. Jetzt dürfte das die Mitte sein. Jungs, aber auch schön. Blöderweise ist es eben halt bei der größeren Variante, ist es dann immer produktiv, beziehungsweise von effizient mit Grafett zu kühlen. Ich glaube, da müssen wir uns dann was anderes einfallen lassen. Schaffen wir schon alles, schaffen wir schon alles, ist ja alles kein Problem, ist ja alles kein Problem. So, jetzt können wir ja so das machen. So, jetzt können wir ja so das machen. So, brauchen wir. Ach, wo ist denn die Richtung hin? So. Und Glas ist da drüben. Ne, nicht, ich brauche ihn ja hier rein. Und Glas. Danke, 34 reicht von dem Sinn. Egal. Ja, das passt alles. So, ich muss noch mal schnell was machen. Äh, geht ganz flink. Geht ganz flink. So. Und, ich weiß, es sollte man eigentlich nicht jetzt machen, aber ich kann es nicht anders. Weil ich halt noch wohin muss, deswegen mache ich das so. Und so, und so, und so, und so. Das geht schnell. Bin glatt fertig. Und da bin ich auch schon wieder im Spiel. Und so, ich muss noch kurz was einstellen. Äh, das ist selter. Selter, schon habe ich wieder was vergessen. Wir werden demnächst wieder abbauen müssen, notgedrungen, weil, wie schon gesagt, ich will den in ein separaten Haus bauen. Und hier aufs Haus drauf, weil, gefällt mir persönlich oben unten. Und da musst du schnell gehen, ich weiß es gar nicht mehr. Und da kannst du euch nicht mehr sagen, warum der eben halt da draußen steht und auf dem Dach. Ich glaube, weil da noch ein riesiger Berg war. Direkt vor uns. Das weiß ich noch. Aber naja, können wir nichts machen, ne? So. Haltig, hüpf. Zum Glück, es frisst hier nichts mehr Strom. Gar nichts mehr. Wir haben keine Zeit, doch. Wollen gerade sagen. Stein, hier rein, Gesang, ne? Wunderberechtig, treuer. Wunderprechtig, also. Stein. Toll, geht nicht. Und da ist das Glas. Ehh, K6, was da noch? Ja, die Mäcke. Mal gucken, ob das so geht. Ne, doch hier. Die haben wir auch noch. 2. Ich hab mich strapplos ansehen. Egal. Bisschen uninteressant, wie viel ich brauche. Ich hab sie. Wir haben auch 2 Setup. Und auch 2. Ich bin so froh, dass ich 2 gebaut habe. So. Ähm, das Dach schließen. Reicht natürlich mal. Denk ich zumindest. Äh, das ist hier der Power-Tab. Die anderen Döns sind hier. Ich kann sie hier einschmeißen. Und wir brauchen... ...die Reaktor-Glas. Ich will es natürlich so offen halten wie... ...den letzten. Gefällt mir persönlich besser. Dann machen wir das so. Gute Reaktor. Gäse ist. Wir brauchen die Reaktor. Kassel. Ich hab jetzt eigentlich alles gesagt hingedacht. Okay. Glas. Was? Was? Ich glaub, die durfte... Ähhhhh... Wind. Jetzt ist ja wieder dunkel. Ich hab's immer schnell, das hier zu Ende zu machen. Zum Beschluss zu bringen. Weil uns geht nämlich doch langsam der Strom aus. Das war falsch. Nö. War zu ewig, bis das Ding abgebaut ist. Ich weiß aber auch nie, wie ich das schnell abbauen kann. Ich weiß nicht, mit welchem Werkzeug ich das verlauern kann. Ich hoffe, ich kann jetzt pennen. Schön schön. Freu ich mich. So. Wir müssen da unten irgendwas machen. Ich bin schon überlegen, aber ob ich da unten irgendwas noch hinbaue. Oder ob ich das einfach nur sinnlos ausleuchte. Steht. Oh, ich bin glücklich. Temperatur schießt natürlich in Gründen. Gesagte Höhen. Das ist so apartig, wieviel, wieviel, wieviel Hitze da brauchen. Beziehungsweise wieviel Hitze da produziert. Humuhtu, huuh duu. Zum Glück da sind wir nicht drin. So. Ich weiß, Grafit ist jetzt eigentlich der sinnloseste Kühlstoff. Für diesen Reaktortyp. Aber anders geht's jetzt echt nicht. Sorry leude. Ich kann Grafit Brat, das kommt da raus. Das ist ein Glas. Keine Ahnung. Ich schaue noch mal gleich nach. So, jetzt sind wir mal 5,5. Oh ja, okay. Das bringt doch ein bisschen mehr als ich dachte. Es gibt ja schon so einen Solator, der Akteaktor. Deswegen bin ich ab und zu mal auf dem Desktop und ihr seht einfach bloß ein Bild. Weil ich einfach nur gucken bin, was eben halt die besten Materialien zur Kühlung sind. Aber ich kenne mich da... Eigentlich ist ja dieses... Müssen wir aber den eben halt auch mal aufmachen. Jetzt können wir den dafür schließen, weil jetzt hat er nämlich eine besser... Minimal bessere Kühlung und müsste eigentlich so auch dermaßen... Ein bisschen mehr Strom rausgeben. Und laut diesem Tool... Mal gucken, ob ich es in den... Ob ich es in den unten verlinke... Äh, gibt da eben halt 1.800. Man gibt da da eben halt raus. Sollte eigentlich gehen. Aber dafür brauchen wir jetzt mal noch jede Menge Grafit. Das bedeutet jede Menge Cola. Und wir gucken uns halt statt, bevor wir hinterfliegen. Dann schließen wir natürlich den Quarry wieder an, weil die muss auch noch durcharbeiten. Die ist irgendwie noch lange nicht fertig. Braucht noch eine kleine Weile. Ach, ich bin froh, dass ich nie wieder wieder gehen muss. Na gut, irgendwann mal bestimmt schon, ne? Trotzdem, Input 900. Ist schon eine Hausnummer. Na, also da kann ich eigentlich glücklich schätzen. Machen 1693 Stromberg, also ja, RF pro Tick. Und das Ding fühlt sich mit 900. Ja, so muss das sein. So, haben wir wieder neuen Bars. Das ist schön. Das ist schön. Und die bauen jetzt hier dran. Und die bauen jetzt hier dran. Und... Da oben dran. Na komm. Und... Da oben dran. Ja, das Leben an der Fledermäuse ist nicht gerade das einfachste. Ich mag irgendwie Fledermäuse. Keine Ahnung warum. Was was für uns? 1,6. Na, wird nie höher. Gut. Da pickelt sich das so ein. Ist auch in Ordnung. Sollen wir doch auch irgendwo... Sollen wir doch auch irgendwo... Egal sein. 1,7. 900 Input. Eigenschaften ja mehr. Theoretisch. Und dann praktisch sieht die ganze Sache wieder ganz anders aus. So, aber nichtsdestotrotz. Wenn wir noch mal trotzdem hier, wie ich vorhin schon sagte, noch mal hier hinten nachgucken. Dürfen eigentlich wieder ein bisschen Material sein. Bisschen Kohle. Bisschen Redstone, Eisen. Eben halt auch die üblichen Verdächtigen halt. Also ich habe auch gesehen, dass unsere Ender... äh... ... die Lika-Mails dazu... ... dass die Ender-Perlen wieder gewachsen sind. Das bedeutet, da müssen wir uns jetzt auch wieder mal kurz drum kümmern. Na? Ja, das war natürlich die falsche Date. So. Wollen wir mal schnell was gucken. Weil... ... äh... ... wenn man den Wegreaktor mit Flüssigkeiten ausfüllt, muss überall die Flüssigkeit sein. Wenn die bloß an der Seite... ... so wie bei dem Grafett. Obwohl... Moment. Wie viel Strom gibt der Leute im Simulator jetzt aus? 2,1. Ja. Machen wir aber nicht mehr in dieser Folge, weil wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wir haben auf und auf. Ich muss sagen... ... das mit dem Strom gefällt mir jetzt ja. Weil die Ärzte mal... ... und die Klappe kurz ab. Ähm... Und ich würde sagen... ... wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss. ... ... ...